Ich hätte da eine Idee, wie wir die Herausforderung erhöhen könnten. Du warst es, Sandy. Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas erhöhen müssen. Ha! Frankenstein-Fischfutter. Oh, das wird echt lustig. Aha, genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt sind es keine Normalen mehr. Jetzt sind es Kreissägenquallen. Hey, was habt ihr vor? Ihr sollt doch da reinfliegen. Ah! Ich bin ein rinder Leuchtstoff. Nicht so schnell, kleine Qualle. Au! So ein entspannender Zeitverteid. Oh! Danke, Super Sandy. Willkommen bei unserem besonderen Quallen-Rodeo. Hab ich dich, du Vieh. Hey, so wird hier aber nicht gespielt. Weiter so. Hände weg von der Qualle, Spongebob. Die gehört mir. Und zwar sowas von mir. Und gefangen. Es hat sich ausgeflattert. Zeit für den Frühjahrspunst. Und ab mit euch in den Alpenquallen-Container. Und jetzt brauche ich dir, Spongebob. Und zwar auch von mir. Und zwarも ist es immer das Beste. Ab in die Kiste! Juhu! Ich bin die Königin der Quallenfelder! Na, wie fühlt sich das an, ihr Loser? Ich find's nicht toll. Ich kann dich weder hören noch sehen, weil mein Gesicht verödet wurde. Ach, ihr schwächelt nur etwas. Kommt schon, wieder spiekt der Revanche. Aber du hast alle Quallen gefangen. Und es gibt keine Felder mehr. War ich das etwa? Ja. Und das warst du auch. Tja, ich kann wohl ab und zu übertrieben ehrgeizig sein. Ach, was du nicht sagst. Das mit euch wird schon wieder. Ihr müsst euch nur etwas bewegen. Vergiss nicht, sie freizulassen. Ja, dieses Problem ist gelöst. Auf zu meinem anderen Problem. Ich muss wohl mal gründlich nachdenken über meine aggressive Art. Die sind wirklich richtig süß. Wenn ich dich krieg, mach ich dich fertig, Freundchen. Das ist unser Sandy. Ja. Tada. Das größte Buddelschiff aller Zeiten. Ich werde den Weltbewerb gewinnen. Echt erstaunlich, Mr. Krabs. Sie haben ja doch ein bisschen Pepp in Ihren Strumpfaltern. Jaha. Wir werden auf jeden Fall. Juhu. Eine Frage, wo haben Sie das viele Holz her? Ich habe deinen Baum gefällt. Das ist doch super. Sie haben was? Hey, du taugenichtiger Wieser Bodenbewohner. Jetzt komm sofort zurück. Willst du nicht sehen, was ich mit dir mache? Na. Ja. Ja. Erst mache ich das hier. Dann mache ich das hier. Ja. 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 Meine Arbeit. Mein Preisgeld. Eugene Krabs macht's ganz allein. Was? Au. Küsschen, Küsschen. Eich Hundeschen. Ja. Ach, er ist schwerer in den Griff zu kriegen als eine Tasche voll Pudding. Ich komme und hole mir mein Flaschenschiff zurück, Krabs. Jeeha. Das ist doch meine echte Hochgeschwindigkeitsjagd mit echt leckerem Texas Barbecue. Wo sind wir? Ja. 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 Und fertig. Gut, wer bekommt... ... ein Fresco? Ha! Das ist eigentlich mein Mittagessen, aber man kann nie früh genug mit einer Diät anfangen. Hä? Ja. Ah. Ja. 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 Ist das schon alles, was du kannst? Oh nein. Warum stelle ich solche Fragen? Jeehoo! Und das ist nicht mein erstes Rodeo. Das ist mein 500. Rodeo. Albernes Säugetier, du vergisst, dass Krebse stärker sind als Waldmurmeltiere. Der alte Krebs hat mehr Schneid als eine frisch polierte Axt. Es ist noch nicht vorbei, Crisp. Es gibt nichts Traurigeres, als ein Nagetier, das seinem U-Boot hinterher rennt. Was ist hier passiert? Oh, ich warte noch darauf, dass mein Schiff einläuft. Denkst du, wir gewinnen, Dad? Harte Arbeit ist schon der Lohn an sich, mein Sohn. Oder sollte ich eher sagen, Admiral? Oh nein. Look out! Oh nein! Oh nein! Und, was sagen Sie dazu? Ist sie nicht wunderschön? Ein Schiff in einer Glasflasche von epischen Proportionen? Tja, das ist schon beeindruckend. Aber vor allem ist es das einzige intakte Flassenschiff weit und breit. Aus diesem Grund erkläre ich sie hiermit zum Sieger. Ganz genau! Her mit dem Zaster! Jaaaa... Jaaaa... Haaa! Na ja, so etwas hat es noch nie gegeben. Aber da es keine Flaschenstiffe mehr gibt, die ich bewerten könnte, dann sehe ich mich gezwungen, dieses Flaschen-Eichhörnchen zum Sieger zu erklären. Jeeha! Ist das die Kamera? Na sicher. Dann mach ein Bild, wie ich mit dem Wegwerfen dieses Waldmurmelschirs den Waldmurmelscher-Wegwerfeldrekord breche. Bereit, Cousin Egon? Lasst es krachen, Schätzchen! 100 Waldmurmeltiere weggeworfen, Rekord geworfen. Danke für eure Hilfe, Cousins. Tschüss! Wir sehen uns nächste Weihnacht. Tschüss! Wow, wofür dient denn all das hier? Ich gehe diese Rekorde jetzt wissenschaftlich an. Denn nur bei sorgfältiger Planung und der exakten Zuweisung entsprechender Aufgabengebiete kann die erfolgreiche Aufstellung einer maximalen Zahl von Rekorden bei minimalem Zeitaufwand gewährleistet werden. Buch! Und Foto! Geht los! Dankeschön! So, was kommt als nächstes? Ach ja, der längste Zahn. Wie weit ist die Calcium-Infusion? Sie ist bereit, Frau Cheeks. Hervorragend! Hier, halt das! Und wie sieht's aus? Bitte halten Sie dieses Ende. 10,60 Meter. Bekott gebrochen. Autsch! Jetzt das Foto. Das Foto. Bitte schön. Danke schön. Und jetzt zum schärfsten Chili-Gurgel-Wasser. Das war's. Alles okay? Riecht's hier nach Suppe? So, und jetzt? Der größte Gummibandball. Juhu! So, und jetzt? Die meisten gemolkenen Kobras. Sack Käse. Käse! Brave Schlangis. Und jetzt? Die meisten Walnüsse im Mund. Und jetzt? Und jetzt? Mit den meisten Kettensägen jonglieren. Gut, mach das Foto. Okay, sag mal. Und wie hörst du auf? Was? Ich sag dir, wie hörst du auf? Was? Wie hörst du auf? Ach, das ist einfach. Ich hör einfach auf. Und rein ganz schnell weg. Mach doch mal Pause. Ich halte das Buch für dich. Danke bei Neptuns Scharnieren. Meine Träder bringen mich um. Hey! Da stehst du hier faul rum. Zurück im Rei und Glied. Für den nächsten Rekord brauche ich jeden von euch. Die meisten Roboter an einem Tag bauen und zerstören. 656. 657. Ach, es ist einfach unmaschinenmenschlich. Oh nein, kommt Ding. Wir stecken hier alle mit drin. 679 Rekord gebrochen. Okay, alles klar. Ihr könnt abschalten. Oh je. Ist dir nicht gut? Ich hab ein Grummeln im Magen. Lass mich nachschauen. SpongeBob? Hallo, Sandy. Wie bist du da reingekommen? Ich will dich retten vor diesem Buch. Ich vernichte es besser, bevor noch jemand ums Leben kommt. Ich will dich nicht verlieren, Sandy. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt sei mal bitte nicht albern. Mit dem Buch bin ich durch. Ich hab jeden Rekord darin gebrochen. Ich hab sogar den Autoren eingeladen, um das bestätigen zu lassen. Dankeschön. Aha. Na sowas. Na ja, verstehe. Na gut, nun ja. Ich fürchte, sie haben keinen einzigen Rekord aufgestellt. Hä? Dieses Buch ist 30 Jahre alt und die Rekorde darin sind schon lange gebrochen worden. Dennoch haben wenigstens sie einen ganz neuen Rekord aufgestellt. Die meisten erlittenen Verletzungen im Zuge von Freundschaftsdiensten. Schön für dich, mein Lieber. Ähm. 2 Tschüss. Tr